Was geht ab, liebe E-Bike-Fans? Ich bin Lennart von E-Motion. Wir sind auf der Eurobike 2023, stehen gerade am Stand von Bosch. Neben mir steht der Mathieu und Bosch hat uns ganz, ganz viele coole Neuheiten mitgebracht. Ich kann es schon mal vorab sagen, es wird auf jeden Fall kompakter, leichter und nochmal viel, viel smarter. Ich würde einfach sagen, viel Spaß und let's go! Ja, Mathieu, wir sehen jetzt hinter uns schon, man könnte sagen, das ist eigentlich das Highlight eurer Neuheiten und zwar die Performance Line SX. Was ist das genau für einen Motor? Was kann der und für wen ist er vor allem gemacht? Also das ist jetzt unsere leichtere Motoren. Also die Leute haben lang gewartet auf diese Motoren. Ist klar für sportivere Leute. Also da müssen wir schon eine hohe Trittfrequenz haben, dass wir die vollere Leistung haben. Also ist auch gedacht auch für leichtere Bikes allgemein. Ja, also diese Richtung, das ist schon irgendwie diese 15, 16 Kilo Bikes. Light MTB Gravel, sowas in die Richtung. Genau, oder auch E-City, also je nach Gebiet, das könnte auch sehr interessant sein. Ja, also auch so urban wie Richtung Commuting. Genau. Alles, wo man eine leichtere Motorisierung haben möchte. Genau. Also da bist du eigentlich mit diesen SX-Motoren mit 2 Kilo unterwegs, den Motoren allein. Akku haben wir jetzt mal mit diesem PowerTube 400 Wattstunde getarnt. Wiegt auch seine 2 Kilo. Und danach haben wir auch diese Extender Range, wo wir können auch wieder on top. Da haben wir auch 250 Wattstunde noch dazu. Und das wiegt 1,6 Kilo. Es ist in der Kombination mit diesem PowerTube 400. Und wie gesagt, danach wird es auch für die andere Akku möglich sein. Wie war das genau? Wenn ich in höheren Trittfrequenzen bin, dann gibt er auch nochmal richtig mit Power, was die Kadenz dann auch angeht. Ja, genau. Also da sind wir genau mit diesem 600 Watt an der Spitze. Das ist genau das, was wir immer mehr kommunizieren, weil das ist unser Vorteil. Also er ist genau so stark wie ein CX-Motor und das macht schon sehr viel aus, wenn du in die hohe Trittfrequenz bist. Der Performance Line SX kommt vor allem immer in Kombination mit dem Compact Tube 400. Und ihr habt aber auch noch, wenn man das Ganze jetzt erweitern möchte, einen neuen Range Extender mit rausgebracht. Und zwar, der kommt mit 200 Wattstunden. Du musst mir einmal auf die Sprünge helfen, wie der da genau heißt. Also, dieser Range Extender ist wirklich so gedacht, dass wenn du startest und du weißt, dass du eine größere Runde machst, dann musst du den zusammen mit dem Powertube auch nutzen. Also da nutzt du wirklich die volle Energie von deinem Akku. Also wenn ich jetzt eine etwas kleinere Tour mache, dann würde mir der komplett reichen. Aber wenn ich jetzt eine größere Tour mache, dann würdet ihr schon empfehlen, direkt von Anfang an den Range Extender mit draufzusetzen. Woran liegt das genau? Ja, genau. Also wenn ich weiß, dass ich wirklich ein bisschen länger unterwegs gehe, dass ich meine 1200 Höhenmeter mache, dann ist es auf jeden Fall schon optimal, dass ich diesen Compact Tube nutze gleichzeitig mit diesem Range Extender. Das läuft einfach beide zusammen und das heißt, ich habe einfach die vollere Leistung. Also diese Mini Remote haben wir schon seit letztem Jahr in dem Portfolio, also er ist verbunden per Bluetooth mit diesem System Controller. Das heißt also im Vergleich zur Mini Remote hat sich jetzt bei der Mini Remote quasi nur die Schelle verändert und von der Funktionalität ist eigentlich alles gleich geblieben. Ihr habt das nur einfach auf einen breiteren Lenker, weiteres Maß angepasst. Ja, natürlich auch. Ja, Mathieu, ich kenne ja jetzt schon das Kiox 300. Das ist ja jetzt schon ein jährchen alt, aber ihr habt eine Neuerung rausgebracht, die nochmal ein bisschen größer ist. Vielleicht könntest du das einmal zeigen, weil das sieht schon echt cool aus und uns erklären, was das mehr kann als das Kiox 300. Genau. Also wir haben diese Kiox 500, der ist wirklich größer. Von der Größe ist es 40 Prozent größer als das Kiox 300. Das ist ähnlich wie ein Intubia von damals, von der Größe. Das ist genau, was die Leute haben damals besser erwartet. Die sind auch damals viel auf dieses NIO gegangen. Und da wollen wir auch einfach so ein Produkt haben, dass die Leute, die haben auch diese Funktionalität von der Kiox 300, aber auch auf diese 500. Und jetzt stehen wir hier auch schon direkt an, wie soll ich sagen, an eurer E-Bike Flow App, wo es ja auch noch ein paar Neuheiten gibt, wo ihr auch einiges hinzugefügt habt. Da wäre es super cool, wenn du da nochmal drauf eingehen könntest. Ich weiß, das ist ein großes Thema. Ja, also die Konnektivität ist auch immer so ein bisschen komplizierteres Thema. Die Leute wollen Fahrrad fahren. Die wollen nicht unbedingt auf dem Handy drauf sein. Und da haben wir auch was einfacher gemacht, intuitiver, dass die Leute haben wirklich Lust, das zu nutzen. Und der Punkt Nummer eins ist wirklich, wenn ich fahre, wenn ich das Fahrrad aus und ich fahre mein Fahrrad an, ich muss da mein Handy nicht unbedingt in die Hand nehmen, dass er ist eingeloggt halt. Und das ist ein riesiger Vorteil, weil die Leute haben dann auch, ist einfach mit diesem Bluetooth 5, mein Gerät, also mein Fahrrad, erkennt einfach mein Bluetooth-Gerät, also mein Handy. Wie beim Auto quasi. So wie beim Auto, genau das gleiche Prinzip. Und das ist genau ein riesiger Vorteil und ist klar, viel, viel intuitiver zu nutzen. Und wenn ich vielleicht auch noch nicht so ein sicherer Fahrer oder noch eine nicht so sichere Fahrerin bin, dann kann ich hier auch nochmal die Motor, die Newtonmeter runter und aber auch bis zum maximalen Hoch setzen. Wenn ich mich vielleicht noch nicht ganz so sicher fühle, was ja auch bei ganz vielen Personen immer noch ein großer Punkt ist. Ja, also auch Velo auch für die Kinder, für die ältere Leute oder wenn ich viel Energie sparen, da kann ich auch irgendwie die Newton einfach runter setzen. Dass ich kann einfach sagen, okay, ich habe einfach, ich fühle mich einfach, ich habe eine gute Unterstützung, aber ich habe weniger Newton und von daher spare ich einfach so und so viel halt. Mathieu, ich habe jetzt auch noch von einer recht großen Neuheit bei euch gehört und zwar eBike Log und die Flow Plus App. Das hängt miteinander zusammen. Es wäre super cool, wenn du uns das einmal erklären könntest. Ja, gerne. Also hier haben wir diese, bis jetzt es war diese eBike Log, haben wir auch nur diese eBike Log gesehen. Also diese eBike Log ist es nur, ich sperre mein Fahrrad, anfah mit meinem Konto. Also das heißt, dass der Motor erkennt erst der Nutzer, soweit ich habe mein Handy, mein Konto, weil es ist eigentlich, die Schlüssel ist mein Konto. Ja, also das kommt öfter nach, die Frage ist halt, ah, wenn ich habe kein Handy mehr oder wenn ich habe kein Akku mehr, wie mache ich? Also du kannst immer das Handy von einem Kollegen nehmen und sagen, ja, ich schlage mir mit deines, weil, ja, okay, das ist der schlimmste Fall. Aber man muss mal auch darüber reden halt, weil die Leute haben Angst auch davon. Also es gibt auch einfache Lösungen. Dein Konto ist deine Schlüssel. Ja, das ist der Step Nummer eins. Danach haben wir das Step Nummer zwei. Das ist genau hier. Dann kommst du da rein und wenn du willst, diese, genau, diese Log und Alarme, da kannst du sagen, okay, ich will jetzt diese eBike Log only. Also, wie gesagt, ich sperre mein Fahrrad mit meinem Handy. Oder ich will diese Flow Plus Option. Was ist das? Das ist ein kleiner Modul, weil du packst das an den Motor, ja. Und es ist ein Tracker. Ja, also das heißt, er hat diese Funktion, dass wenn ich bewege, dann auch mein Fahrrad und ich bin nicht in der Nähe, dann ich habe eine Alarme von plus minus 80 Dezibel. Ja, und wenn das Fahrrad sich bewegt, dann kriege ich auch ein Signal auf meine App und ich kann einfach das Fahrrad auch tracken, soweit ich habe einfach ein Signal. Aber es ist einfach sehr praktisch, weil wenn ich bin jetzt mal kurzfristig nicht da und ich merke, dass mein Fahrrad geht weg, dann habe ich eine Meldung. Und das ist genau, was ist interessant mit der App, weil da hast du genau diese Funktion halt, ja. Und diese Funktion Plus Plus. Diese Flow Plus ist gratis das erste Jahr und dann zahlst du plus minus 4, 5 Euro pro Monat das zweite Jahr danach. Ja, man könnte ja schon fast sagen, endlich ein neues Purion mit dem Purion 200. Viele Personen haben ja schon darauf gewartet, dass endlich mal ein Upgrade kommt. Sieht schon echt super stylisch aus und ihr verbindet damit ja. Ja, ist ein All-in-One-Produkt, könnte man fast sagen. Wäre super cool, wenn du da nochmal näher drauf eingekündigt hast und was auch alles miteinander connected ist in dem Fall. Also, diese Purion ist wirklich das einfachste Produkt, was wir haben damals gehabt. Also, das war, um dieses Fahrrad läuft, wir haben diese Purion gebraucht. Das ist auch eine günstigere Lösung für unsere Fahrradmarken, obwohl sie sagen, okay, die wollen das einfachste Anfahrt nehmen. Ich habe jetzt mal auch ein Farbiges Display. Ich bin jetzt mal nicht mehr auf diese basischen Tasten, aber jetzt habe ich wirklich diese Funktionen-Tasten, wo ich kann die Menü weiterscrollen und ganz einfach. Und die Fahrmodi, das ist ein anderer Knopf, wo ich kann sagen, ich will dann auf Eco, Tour, Auto, Turbo gehen. Also, die sind einfach auch separat, ist auch viel intuitiver für den Kunden. Und mit dem Smartphone-Grip kann ich dann mein Handy hier installieren und habe dann den sogenannten Ride-Screen, der sozusagen ein Display ersetzen würde und mir auch ganz viele Sachen nochmal zusätzlich anzeigen würde, Navigation und so weiter und so fort. Genau, also das ist wirklich eine weitere Funktion halt. Und das ist, wie ich sagte vorhin, ist einfach, es sind ein Buffet, die Leute, die können das einfach, das upgraden, wie die wollen. Ja, und je nach Disziplin, ja. Jetzt stehen wir gerade vor der Active Line, denn die hat auch ein kleines Update erfahren. Und nicht nur die Active Line, sondern die Active Line Plus auch. Man kann einfach sagen, die sind jetzt auch smart, oder Mathieu? Was kannst du noch hinzufügen? Ja, genau, also da haben wir auch diese Active Line Plus in diese Portfolio reingekriegt, weil er ist auch smart, er läuft auch mit unserer App. Er hat auch diese Funktion, wo ich habe irgendwie ein Magnet auch an die Felgen, das hat er auch innen drin. Von der Software, er ist auch feiner zu fahren, ja, also viel eingenehmer zu fahren halt, ja, Newton mäßig, da reden wir von 40 und 50 Newton, also von der Stärke, die sind in Dantisch einfach, was wir haben gehabt, ja. Aber er ist von der Software viel, viel, viel feiner zu fahren und ist schöner, echt, ja. Thema E-Shift, was ist das eigentlich genau und inwiefern ergeben sich für mich Vorteile mit dem Smart System? Also, E-Shift ist reinherr eine automatische Rechtschaltung, ja, das Ziel ist wirklich, dass unsere Kundschaft, die setzen aufs Fahrrad, die machen diese Fahrmodi und die fahren ohne zu wissen, ob sie sind auf der erste, der zweite, dritte, vierte Gang, also die fahren einfach. Und das ist so einfach, die Schaltung und diese ganze Software merkt auch, dass wenn ein Kunde hat keine gute Trittsfrequenz oder keine Kadenz, dass er schaltet dann auch automatisch, dass er genau diese Fahrt einfach optimieren kann. Also, und diese E-Shift-Möglichkeit haben wir mit Roll-Off, haben wir mit Enviolo und diese Marke 3x3, ja, und diese E-Shift ist wirklich ein Vorteil jetzt mit unserer Automatisierung. Automatische Fahrmodi, diese Fahrmodi automatisch ist einfach genial mit dieser E-Shift-Möglichkeit, also das ist wirklich, ich setze auf mein Fahrrad, so wie mein Auto, ich muss einfach treten oder im Auto Gas geben. Maximaler Komfort eigentlich. Komfort und ich muss einfach nur genießen, das ist wirklich ein Ziel. Winner Award 2023, was die Eurobike angeht, was sind denn die Neuerungen am Bosch ABS-System, vielleicht kannst du dazu einen kurzen Einblick geben. Ich glaube, es geht hauptsächlich um die Bremsen. Ja, also der ABS läuft wirklich auf der vorderen Bremse nur, also da haben wir nicht genau diesen großen Nachteil von diesem, wie im Automobil oder so wie im Motorrad, wo wir haben viel mehr Gewicht halt. Also da mit dem ABS vorne, da machen wir wirklich der größte Teil von dem Job. Ist super jetzt mal, seit letztes Jahr haben wir auch verschiedene Fahrmodi eigentlich für ABS. Also das heißt, ich kann das nutzen für diesen City-Bereich, ich kann das nutzen, wenn ich freiere Wege fahre, ich kann einfach das nutzen für den MTB-Bereich. Also ich habe verschiedene Software, je nach Profil auch wieder. Ja, diese große Neuheit dieses Jahr ist aber, dass wir haben auch einen neuen Partner mit TRP, also Tektro. Also das heißt, dass unsere ABS wird danach laufen mit Magura und mit Tektro, TRP ist die Möglichkeit. Das ganze Thema ABS, da ist natürlich auch der Sicherheitsfaktor einfach ein ganz, ganz großer Punkt, was das Ganze angeht. Ich sehe schon, wir haben jetzt ganz, ganz viele Neuheiten hier bei Bosch gesehen. Ich würde sagen, bei euch steht Kompaktheit, Leichtigkeit, aber auch das Customizing und die Erdenpassbarkeit auf jeden Fall im Fokus aktuell. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick auf die Erweiterung und die Neuerungen, was das Smart System und andere Themen bei euch angeht, was die Zukunft angeht, geben? Das ist natürlich auch mal super spannend, wenn wir dir jetzt da vielleicht was entlocken können, das wäre natürlich mega cool. Also das Ziel ist wirklich, dass wir wollen ein System, wo es bleibt, sehr einfach zu nutzen. Wir sehen, wir gehen auch immer mehr in diese Nische, wo einfach dieses sportivere Portfolio haben wir bis jetzt nicht unbedingt gehabt. Und da gehen wir auch jetzt mal schön rein. Jetzt sehen wir jetzt mal mit dieser SX. Letztes Jahr haben wir auch schön eingeteasert mit dieser CX-R, also dieser Race CX, wo wir haben so limitierte Edition herausgebracht. Das war einfach auch schön. Wir haben auch in unserer Kundschaft auch gezeigt, dass wir kriegen auch irgendwie diese Elite und diese Nische. Und da wollen wir auch immer mehr dabei sein. Es wird auch noch spannend für die nächsten paar Jahre. Ihr wollt sehen, wir würden echt coole Sachen noch ausbringen. Ja, das glaube ich, das klingt alles schon sehr cool. Wenn ich mir den Chanti jetzt schon angucke, dann bin ich total gespannt, was in den nächsten Jahren noch so von euch kommt. Deswegen super cool. Vielen Dank für die Präsentation. Hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr nice. Wenn ihr jetzt auch mal Bock bekommen habt, ein Bike mit einer Bosch Neuer Probe zu fahren, dann könnt ihr gerne demnächst in einem unserer Emotion Stores vorbeikommen. Dort werdet ihr zusätzlich zu der Probenfahrt auch noch beraten. Ihr könnt das Bike auf Herz und Nieren testen. Ich würde einfach nur noch mal sagen, danke an dich. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.